Hi und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Video, denn viele von euch haben sicherlich schon mitbekommen, wir haben ganze 100.000 Abonnenten auf dem Zweitkanal geknackt, was wirklich mega krass ist, also vielen, vielen Dank an alle, die dort supportet haben, da abonniert haben, die Videos geschaut haben und sowas, also sind auch viele von euch dabei, das weiß ich, und deswegen packen wir jetzt auch auf dem Erstkanal was ganz besonderes aus, wir haben nämlich was von YouTube erhalten. Ihr wisst sicherlich schon alle, was da drin ist, ich weiß es natürlich auch, aber ich muss wirklich sagen, das ist für mich ein Meilenstein, das habe ich mir lange gewünscht und ich hätte nie gedacht, dass wir es so schnell schaffen, weil wir gucken uns nach diesem Ausparken gleich auch noch kurzen Pastettes zu dem Zweitkanal an, das ist wirklich mega krass, wie schnell das ging. Ich kann schon mal sagen, es war weniger als ein Jahr für 100.000 Abonnenten, das ist einfach mega insane. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Eieiei, ein riesen Meilenstein, das haben wir gemeinsam erreicht. Ich darf mich jetzt nicht schneiden, das fehlt noch. So, ich bin bereit, erstmal noch ein Schlückchen Kaffee. Okay, ich hoffe ihr seid auch bereit, ich habe das Ding jetzt auf. Oh Gott, hoffentlich steht da nicht noch irgendwie eine Adresse oder sowas. Wartet mal, ich muss einmal kurz rein. Sieht gut aus. Man sieht noch nichts. Ich mache das mal so. Das ist nicht ganz mittig so, ne? Ich glaube, so geht es. So solltet ihr es erkennen können. Wir revealen jetzt das gute Stück. Oh nein, steht da was? Oh Gott. Wartet Leute. Okay, nein. Da steht nichts mit einem Adress oder einem Namen oder so. Also alles easy. Some 100.000 Subscribers. Just as far you come. Jetzt muss ich doch Englisch lesen. Aber wir lesen es jetzt nicht ganz durch. Okay. Glückwünsche von Susan Wojciki. Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist auch richtig edles Papier. Das ist so eine richtig schöne Urkunde. Bin ich jetzt auch mal mit vorsichtig. Aber da ist das gute Stück, Leute. Da ist es. Ei, ei, ei. Das ist gut aus. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. Ne, exceptional. Meine Güte. Weg damit. Deswegen mache ich das Video nicht auf Englisch. Kann ja nicht gut gehen. So, wir packen das jetzt aus. Das sieht echt krass aus. Das fühlt sich richtig gut an. Alter. Holy shit. Das ist echt krass. Jetzt habt ihr ja meine Decke gerade wahrscheinlich sogar gesehen, weil es so spiegelt. Krass. Ja, dann die man schon. Mega, mega gut. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank, Leute. An alle, die da wirklich mitgeholfen haben. Ei, ei, ei. Das hätte ich nie für möglich gehalten so schnell. Das ist nur so ein Dings. Ja, der Nächste ist der hier, ne? Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Aber der reicht mir auch erstmal. Also bin ich ganz ehrlich. Das ist, glaube ich, für 10 Millionen. Alter Schwede. Mega. Also wirklich, wirklich krass. Das Ding wird auch einen ganz besonderen, oh, jetzt gucke ich nach oben. Das Ding wird auch einen ganz besonderen Platz natürlich kriegen in meinem neuen Büro. Das werde ich nämlich demnächst umbauen. Und da wird es dann irgendwo hinter mir, denke ich mal, in die Wand mit eingearbeitet. Weil ich habe da was Besonderes geplant. Muss dabei erstmal noch ein bisschen was vorbereiten, bevor ich das machen kann. Sieht aber wirklich cool aus, das Ding. Also da freue ich mich wirklich richtig drüber. Das ist wirklich ein Meilenstein. Und den haben wir gemeinsam erreicht. Also vielen, vielen lieben Dank. Aber wir gehen jetzt nochmal kurz in eine andere Ansicht. Weil ich zeige euch nochmal ein paar Stats zu dem zweiten Kanal. So, wir sind jetzt mal auf dem Kanal. Und der ist mittlerweile auch verifiziert. Also der hat auch einen grauen Haken bekommen. Und wir haben mittlerweile 101.000, nicht dein Martinas, sondern Abonnenten. Also sogar ein bisschen mehr. Das wird ja immer hier so auf- und abgerundet. Ich glaube, 101.400 oder so sind wir aktuell. Und wir können jetzt mal gucken, wann das Ganze hier losging. Kann man hier nicht auch sortieren nach... Aber wir können, glaube ich, einfach auf größte... Warte mal. So, wir machen das Ganze jetzt mal hier in dieser Ansicht. Dann kann ich auch richtig sortieren. Ich wollte euch nämlich mal das erste Video zeigen. Das wird das hier. Raptor Climbs Over Fence. Knapp 800.000 Aufrufe am 5.11. Das heißt, da ging es mit dem Kanal los. Und geknackt haben wir die 100.000 am 26.10. Das heißt, wir haben nicht ganz ein Jahr gebraucht. Das ist echt insane. Also wie viele Abonnenten wir in so kurzer Zeit generieren konnten. Weil ihr seht ja auch die Aufrufzahlen hier. Das ist krass, ne? Das ist das erste Video. 800.000 Aufrufe. Das zweite Video ist das meistgeklickte. Mit 4,6 Millionen Aufrufen. Dann wieder eine Million Aufrufe. Und es gibt wirklich einige Videos, die so viele Aufrufe haben. Aber der Nostalgie wegen... Ich rufe jetzt einmal das hier auf. Das ist nämlich das erste Video. Ich hoffe, hier sieht man keine wichtigen Daten. Ich glaube aber nicht. Das hier war das allererste Video. Da gibt es auch unten noch nicht dieses Logo. Also jetzt wird fast 50.000 Daumen nach oben. Jetzt gehen wir nochmal auf das Beliebte, würde ich sagen. Da können wir, glaube ich, hier sortieren. Beliebte Videos. Nee, bei Schwarz. Mittlerweile hier auch unterteilt. Finde ich ganz gut. So, dann seht ihr schon. Also hier 4,6 Millionen Aufrufe. 3,6 Millionen. 1,9. 1,7. Das ist echt krass. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Clips, die über eine Million Aufrufe haben. Und die anderen hier sind auch schon krass, ne? Ja, das ist wirklich krass. Also vielen, vielen Dank, Leute. Das ist wirklich insane, wie viele Aufrufe da generiert wurden. Und das hier ist das meiste geklickt. Das schauen wir uns auch nochmal an. Das zweite Video. Da war dann auch hier unten, der dann jemand schaut. Das war der neue Indominus Rex zu der Zeit. Jetzt ist er ja schon ein Jahr alt. 270.000 Daumen hoch. Alter, das ist echt krass. Insane. Vielen, vielen lieben Dank. Können wir jetzt auch nochmal auf den Kanal einmal gehen. Ist man hier eigentlich irgendwas? Dass ich vergesse, irgendwas zu blören oder so. Genau, und dann könnt ihr es auch nochmal sehen. Den Kanal, den habe ich aufgemacht am 3.11. Am 5.11. ging es dann los sozusagen mit den Videos oder den Clips. Und in diesem einen Jahr hat der Kanal 56 Millionen Aufrufe generiert. Heftig, oder? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dazu kommt ja dann zum Beispiel auch noch TikTok. Bei TikTok bin ich auch schon über 100.000 Abonnenten. Aber das läuft halt nur nebenbei. Da re-uploade ich halt die Sachen jetzt, die hier auch dem Shorts-Kanal zu finden sind. Und ja, ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Auf jeden Fall tausend, tausend Dank an euch alle. Das hat mich wirklich sehr stolz gemacht. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass das alles so gut bei euch angekommen ist. Und ich hoffe auf ein weiteres gutes Jahr. Und ich hoffe auch, dass wir irgendwann die 200.000 knacken werden. Und jetzt würde ich mich auf jeden Fall noch über ein Like freuen. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Und ich hoffe auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall. Und ich hoffe auf jeden Fall.